Hey Leute, heute mit dem kryptischen Thema Willenskraft. Wozu bist du bereit? Und zwar ging mir in den letzten Tagen ein wenig das Konzept durch den Kopf, dass ich mit Ex zurück loslassen und den Weg zum eigenen Glück verfolge. Ich sehe es natürlich als richtig an, eure Wünsche und Hoffnungen zu bestärken, wenn diese nicht komplett an den Haaren herbeigezogen sind und es Chancen gibt. Gerade im Sektor Ex zurück. Jetzt stimmen mir einige Leute darin aber nicht zu und sagen, dass es totaler Schrott ist und die Leute sich lieber aufs Loslassen konzentrieren sollten, da ihnen das möglicherweise sehr viel Schmerz erspart. Und ich bin gewillt, ihnen auf die eine oder andere Weise recht zu geben. Es ist ein negativerer, aber teilweise auch realistischer Ansatz. Und dass losgelassen werden muss, um eure Bedürftigkeit der Ex gegenüber loszuwerden, das ist ein Fakt. Wenn sie zurückkommt und sofort wieder aufs Podest gestellt wird oder ihr Verlustängste habt, dann hat niemand was davon. Ihr müsst für euch selbst sicher und glücklich sein, euch eine Grundlage aufgebaut haben, bevor das wieder Sinn machen kann. Aber den Ansatz dieser Leute empfinde ich als falsch. Denn es geht um die unterbewusste Bereitschaft, bestimmte Wahrheiten und Fakten für euch selbst anzunehmen. Wodurch lernt der Mensch am besten? Indem er eine Wahrheit gegen seinen Willen verkauft bekommt? Oder indem er selbst darauf stößt und selbst die Motivation findet, immer wieder mehr darüber herauszufinden? Ich habe es in einem anderen Video schon gesagt. Ich bekehre keine Leute. Ich bin kein Wanderprediger, der an die Tür klopft und mit euch über Gott sprechen will. Ich gebe euch hier die Fakten und die könnt ihr euch anhören oder es sein lassen. Wenn es euch nicht interessiert oder wer überhaupt keine Not dazu hat, das zu begreifen, der wird mit halbem Ohr zuhören und vielleicht den Kern der Botschaft verstehen. Er wird nächste Woche in einer Situation, die genau passen würde, so handeln, wie er es sonst auch tut und keine Sekunde daran verschwenden, die Fakten für sich zu nutzen, da er sie nicht verinnerlicht hat. Genau so wird Trotz ausgelöst, wenn man den Leuten ungefragt einen Weg vorgibt und aufgrund seines eigenen Weltbildes keine Diskussion zulässt. Die Intention dahinter ist egal, ob man Recht haben oder der Person helfen will. Da prallen zwei verschiedene Interessen und Weltbilder aufeinander, die nicht kompatibel miteinander sind und ein Kompromiss würde nur dazu führen, dass beide im Endeffekt verlieren und nicht ihr Ziel erreichen. Bestes Beispiel hierbei ist eben eine Trennung. Es bringt niemandem was, wenn er nach Antworten und einer Strategie sucht, wie er seine Ex zurückbekommen kann und man ihm entweder erzählt, was er hören will oder ihm das Loslassen nahelegt. Wenn man seine begründete Hoffnung zerstört in dem Wissen, dass es das ist, was sowieso passieren muss. Denn die Hoffnung hätte ihn erst selbst an den Punkt gebracht, an dem er das realisieren kann, wie viel er selbst für sich erreichen kann und dass er die Ex dafür nicht braucht. Dass er die Grundlage, die er mit der ganzen freigewordenen Energie aufbauen kann, selbst erreichen kann und sie nicht so viel Macht über ihn hat, wie er das bei der Trennung gefühlt hat. Auch hier sind Gefühle nicht verhandelbar. Man kann so jemandem so viele Fakten an die Hand geben, wie man will. An seinen Gefühlen wird das kaum was ändern. Und der Durchblick lässt ihn möglicherweise noch verzweifelter werden und sein Selbstbild, das er vielleicht gerade wieder aufbaut, zerstören. Denn man bezieht so etwas immer zu stark auf sich selbst. Worauf ich gerade raus will, will man jemandem in seiner Trennung helfen, muss man verstehen, wo er in seiner Gefühlswelt gerade steht und was ihn voranbringen würde. Der typische Rat von Freunden und Familie ist, vergiss sie, du kannst was Besseres haben. Der Grund hierfür ist, dass sie euch so schnell wie möglich da raushaben wollen, weil sie es selbst nicht mit ansehen können, wie es euch geht. Ihre Erinnerungen an Trennung sind verblasst und nicht mehr richtig nachvollziehbar für sie. Es ist irgendwann einfach der Punkt gekommen, an dem sie weitergemacht haben und gemerkt haben, dass das Leben auch ohne die Ex weiterging und wieder glückliche Momente für sie parat hatte. Das möchten sie mit euch teilen und ihr schlauer Rat wäre genau wie angesprochen, lass los. Er schließt aber den Gedanken nicht mit ein, dass eure Gefühle euch gerade daran hindern und es ein einfaches Loslassen für euch nicht geben wird. Das ist mit viel Arbeit an sich selbst verbunden, die ihr erst lernen müsst, sowohl im Außen als auch im Inneren, hauptsächlich sogar im Inneren, denn ihr müsst von euch fernhalten, worauf ihr keinen Einfluss habt und was euch nur runterziehen würde und verstärken, was euch Sicherheit und kleine Erfolgserlebnisse gibt, die euren Selbstwert wieder aufbauen. Ihr müsst verarbeiten und durchleben, wovor ihr Angst habt, aber es nicht immer und immer wieder wiederholen, wenn ihr keine weiteren Erkenntnisse daraus ziehen könnt. Hier ist viel Willenskraft und ein Weg gefragt, der euch vor zu viel Negativität abschirmt und euch eine Perspektive gibt. Ein Weg, der auf eure individuelle Situation und Lage eingeht. Daher ist es ja so verwerflich, hier mit irgendwelchen E-Books und verallgemeinerten Plänen zu hantieren. Denn ich habe mir selbst Gedanken gemacht, wie sinnvoll das wäre und auch nach 170 Videos sehe ich immer noch keinen Sinn darin aufzuhören oder auch die kleinste Situation, die mir unterkommt, für mich zu behalten. Jedes dieser Themen hat in einer bestimmten Situation seinen Sinn und auch allgemein seinen Mehrwert. Aber eure Gefühlswelt gleicht einer Achterbahnfahrt und gerade wenn ihr am tiefsten Punkt ankommt, könnt ihr womöglich nicht selbst einschätzen, was genau die sinnvollste Vorgehensweise wäre. Nicht nur in Bezug auf eure Ex, sondern wenn es um eure emotionale Gesundheit und euren inneren Frieden geht. Einfach um euer Glück, das ihr in dem Moment nicht mehr sehen könnt. Hier ist immer die Frage, wie weit seid ihr? Wo kann man anknüpfen und euch individuell helfen? Ex zurückzufahren? Nein, hat weitreichende Konsequenzen für euer weiteres Mindset und den Weg, den ihr zu gehen bereit seid. Dazu kommt, dass niemand in die Zukunft schauen kann und eure Ex so grobe Scheiße bauen kann, dass sie sich euch tatsächlich um alles in der Welt zurückwünschen könnte. Heutzutage kommen viele Leute nicht mehr mit sich klar, weil sie nie gelernt haben, sich selbst zu verstehen. Ich gehe inzwischen bei sehr vielen Situationen davon aus, dass eure Ex und ihr selbst euch in entsprechenden Situationen nicht wirklich selber versteht und ihr nur euren Gefühlen und eurer Bindung hinterher rennt, so wie es von der Natur eigentlich auch vorgesehen ist. Aber eigentlich unter anderen Umständen, in denen wir viel weniger Sicherheiten haben und dieses Selbstbewusstsein automatisch lernen würden. Und das ist heute so nicht mehr der Fall. Und wie es für eure Ex nötig ist, selbst an den Punkt zu kommen, um zu erkennen, was sie wollen oder fühlen, ist es für euch notwendig, dass ihr für euch selbst entscheiden könnt, ob jetzt Ex zurück oder loslassen das Ziel sein soll. Es ist derselbe Weg. Ex zurück ist nur langfristig und nachhaltig, wenn ihr euren Frame setzt, euer Glück verfolgt und sie als Ergänzung dieses Glücks seht. Nicht als dessen Ursprung. Genau wie bei jeder anderen Frau auch. Aber die Intensität, mit der ihr nach eurem eigenen Glück strebt, ist individuell beeinflussbar dadurch, was euch morgens eher den Anstoß gibt, euch mit euch selbst auseinanderzusetzen. Ihr seid der Mittelpunkt eures Lebens. Ohne euch geht gar nichts und niemand will was von euch, außer vielleicht euer Geld. Also schaut, dass ihr euch aufs Maximum bringt. Und der Wille bzw. die Bereitschaft dazu ist euer höchstes Gut, denn damit überwindet ihr eure körperlichen Grenzen. Seid ihr total am Arsch und beschäftigt euch mit der ach so schönen Vergangenheit, limitiert ihr nicht nur euren Körper, sondern auch euren Geist. In der direkten Konsequenz habt ihr natürlich auch körperliche Einschränkungen, aber fasst das Problem immer an der Wurzel, wenn ihr es endgültig lösen wollt. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Outro 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 Bis zum nächsten Mal.